Hallo ihr Lieben, hier ist Gerald Schleswig und ihr habt wieder eingeschaltet zu den Hoffnungsworten. Ich habe vor ein paar Tagen auf mein Handy geguckt und da habe ich eine App drauf, nennt sich Holy Bible, ist von YouVersion programmiert worden, ist eine Gemeinde in Amerika und ich fand da ein Vers, der mir angezeigt wurde, aus dem Psalm 8 richtig schön und den möchte ich gerne mit euch teilen. Ich lese ihn einmal vor. Ich blicke zum Himmel und sehe, was deine Hände geschaffen haben, den Mond und die Sterne. Alles hast du ihrem Platz zugewiesen. Was ist da schon der Mensch, dass du an ihn denken würdest? Wie klein und unbedeutend ist er? Und doch kümmerst du dich um ihn. Ich bin ein wichtiger Punkt, den verdient und er ist von dir, was du? Und doch. Und dann kann ich mich, was du? Und dann kann ich mir nicht mehr, was du? Und dann kann ich mich, dass du hier bist? Und dann kann ich mich, das